Da soll ja auch ein Clip von mir drin sein, hab ich gehört. Was macht denn Source für Sachen? Source! Was ist going on? Neo Magnus, danke für den Follow-Man, grüß dich. Ich glaube der Flo hat mir das gesagt. Das sind, davon habe ich jeden Stream. Habe ich davon 18 solcher Clips. Macht nur nie jemand. Hat er keinen Ton? Ah, Server-Rista, perfekt. 5$ um zufällig zu spawnen. Wir müssen auch mit Radiasen kämpfen. Wenn wir mit Radiasen kämpfen, dann werden wir mit Radiasen kämpfen. Und dann wird die Radiasen kämpfen. Das ist die Qualität gewesen. Alles gesehen. Das ist die Qualität gewesen. Auf der anderen Seite ist man dann Platz zu auf der anderen Seite. Oder über die Radiasen kämpfen. Das stimmt tatsächlich sogar, oder? das das war ja wohl das war fies das war wirklich fies da geht damit geht wirklich ein bisschen mitleid von mir raus aber diese ganze sound untermalung und sowas alles das sollte er echt öfter machen ja den kenne ich diese ein einstiegssequenz die ist so bodenlos scheiße die ist richtig richtig nervig nicht schlecht nicht schlecht da oben mit der m82 einfach mal eben die haut her dazu da muss er sich beeilen und tschüss ja so habe ich auch immer reagiert das habe ich auch immer reagiert oh hey da ist ja ein weihnachtsmann kurz schreiend aus kiste gekommen so war ich auch immer abgeklärt m82 wie bei mir schmeckt das hat dir denn für eine grafikeinstellung das ist ja noch ein bisschen heller gemacht m82 ja das das habe ich zwei mal gezogen stark das war stark und nichts drin du misgeboren ey der typ ist nicht normal ne der typ ist nicht normal dann bist du ausgestiegen trotzdem noch ne das ist ja richtig bitter es gibt gute clips von mir können wir den doch mal gucken es gibt wirklich mal einen guten clip von mir ich fasse es nicht ich fasse es einfach nicht es gibt einen guten clip von mir in der zusammenstellung das ist die typische könig strategie einfach immer die haben meine scum tutorials geguckt oh oh na come okay ach danielein warte mal den namen kenne ich doch und gizmo kenne ich auch und da unten lese ich auch cassie ach der hat die frauenquote ja gut zu wissen wollen sie aufstehen nein kannte ich den gar nicht wer war das wollen sie mal aufstehen hallo sind sie tot die hat gesessen die hat gesessen die hat gesessen war jetzt überrascht dass er dadurch stirbt oder wo hat er den impro anzug her wie kann man den schon finden oder herstellen oder hat er sich den gespawnt geiles video finde ich gut hat mir gut gefallen war ja auch ein geiler clip von mir mal drin naja ich würde sagen bis zum nächsten mal wie gu en der